Hi und herzlich willkommen zu diesem Studio One Video und einem Thema, das mir schon lange am Herzen liegt, und zwar Navigieren im Studio One Arrangement. Damit meine ich vor allem die Funktionen, die sich hier im Transportmenü verstecken, die vielleicht jeder von euch schon mal überflogen, aber vielleicht noch nie wirklich benutzt hat. Bei manchen Funktionen lohnt es sich aber auf jeden Fall, sich die mal genauer anzuschauen und vielleicht auch in den täglichen Workflow zu übernehmen, denn das kann richtig Zeit sparen. Und einige dieser Funktionen möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Also los geht's! Ganz grundlegend besteht jeder Studio One Song ja erstmal aus ganz vielen Events oder auch Parts genannt. Die könnt ihr natürlich mit der Maus anklicken, aber ihr könnt sie auch per Tastatur auswählen und zwar mit den Pfeiltasten. Mit den Tasten links und rechts wählt ihr jeweils das vorherige oder das nächste Event aus. Mit den nach oben und nach unten Tasten – ihr könnt's euch schon denken – wählt ihr die Events auf den verschiedenen Spuren aus. Und dabei wird auch wirklich die jeweilige Spur ausgewählt, was sehr praktisch ist, weil ihr dann zum Beispiel sofort S drücken könnt, um die Spur auf Solo zu schalten. Übrigens, wenn ihr zu den Pfeiltasten noch dazu die Steuerungstaste gedrückt haltet bzw. die Command-Taste auf dem Mac, dann könnt ihr einfach den sichtbaren Bereich verschieben – nach links und rechts oder oben und unten. Auch das geht oft schneller, als das mit der Maus zu machen. Wenn ihr jetzt ein Event ausgewählt habt, wollt ihr vielleicht mit dem Cursor genau zu diesem Event springen, um diese Stelle abzuspielen. Dazu gibt es das Tastaturshortcut L. Das springt immer genau zum Anfang eurer Auswahl. Damit kann man also sehr schnell Events auswählen und dann direkt dort hinspringen und wiedergeben. Was ist, wenn ihr aber nicht zum Anfang einer Auswahl, sondern zum Ende springen wollt? Auch das geht, aber hierfür müssen wir erst ein Tastaturshortcut anlegen. Den Befehl dafür finden wir hier oben im Transportmenü. Und zwar hatten wir eben schon über den Befehl zur Auswahl positionieren gesprochen, mit dem Shortcut L. Direkt darunter gibt es den Befehl zum Ende positionieren. Das könnte man direkt hier im Menü anklicken, aber ich möchte es auf einer Taste auf der Tastatur haben. Nichts leichter als das. Ich gehe einfach im Studio One Menü in die Tastaturbefehle oder drücke STRG-K und suche hier nach Ende der Auswahl. Dann wähle ich diesen Befehl aus, klicke hier in das Feld Taste eingeben und drücke ein Ö auf der Tastatur, denn diese Taste ist noch nicht belegt und sie liegt direkt neben dem L. Jetzt noch Zuweisen klicken und wir können das Fenster mit OK wieder schließen. Und jetzt kann ich mit der Taste Ö zum Ende der Auswahl springen und mit der Taste L zum Anfang der Auswahl. Sehr praktisch und vor allem schnell. Jetzt gibt es aber Situationen beim Editing, da möchte man mit dem Cursor grundsätzlich immer dorthin springen, wo man gerade arbeitet. Und in manchen DAWs kennt man es auch gar nicht anders. Dafür gibt es in Studio One eine Option und die heißt Cursor folgt Bearbeitungsposition. Und ihr findet sie hier oben in der Toolbar. Diese Option macht genau das, was wir eben manuell gemacht haben, automatisch. Klicke ich ein Pattern an, wird der Cursor automatisch an diese Stelle gesetzt. Navigiere ich mit den Pfeiltasten, bewegt sich der Cursor mit. Praktisch übrigens auch für Sektionen im Arranger Track. Hier in diesem Song sind ja verschiedene Sektionen angelegt und wenn ihr davon eine anklickt, könnt ihr mit der Tastatur ganz schnell zwischen den verschiedenen Songteilen wechseln und per Leertaste dann den Song natürlich sofort starten. Und wo wir schon bei Sektionen sind, möchte ich noch kurz über das Thema Loopbereich sprechen. Der Loopbereich ist dieser blaue Bereich hier oben in der Timeline, mit dem ihr diesen Bereich in eurem Song als Schleife abspielen lassen könnt. Vorausgesetzt natürlich der Loop-Modus ist aktiv. Und diesen Loopbereich könnt ihr verschieben mit gedrückter Steuerungstaste. Ihr könnt natürlich auch Anfang und Ende verschieben oder ihr könnt ihn an einer bestimmten Stelle setzen, indem ihr den Bereich einfach hier oben einzeichnet. Das ist alles schön und gut. Wir können den Loopbereich aber auch ganz einfach auf unsere Auswahl setzen lassen. Ich habe jetzt zum Beispiel den Chorus ausgewählt. Und um jetzt den Loopbereich genau auf die Länge dieses Events zu setzen, drücke ich einfach Shift plus P. Das ist der Befehl Loop auf Auswahl setzen. Und dieses Shortcut Shift plus P benutze ich wahrscheinlich 10.000 Mal am Tag. Möchte ich zum Beispiel nur dieses Pattern hier hören, klicke ich es einfach an und drücke Shift plus P. Schon habe ich den Loopbereich auf diesem Pattern und kann es immer in Schleife hören. Und mit der Taste S schalte ich die Spur auf Solo, sodass ich wirklich nur dieses Pattern höre. Und auch dafür gibt es eine Option, um den Loopbereich automatisch immer auf die aktuelle Auswahl zu setzen. Und die findet ihr hier, wenn ihr hier oben im Linear rechts klickt und Loopbereich folgt Auswahl anschaltet. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso denn hier rechts klicken und nicht im Transportmenü. Doch auch dort und zwar im Untermenü Optionen. Aber gefühlt ist es für mich ein bisschen schneller und näher, hier einfach rechts zu klicken. Und wer das sehr oft macht, kann natürlich auch das Shortcut Strg Alt P benutzen. Und wenn ihr diese Option nun angeschaltet habt, verschiebt sich der Loopbereich immer mit der aktuellen Auswahl mit und das ist wirklich unfassbar praktisch, wenn ihr an einer bestimmten Stelle im Song arbeitet und diese Stelle immer wieder hören wollt, um an einzelnen Parts zu arbeiten. Als letztes zeige ich euch noch eine Funktion, die nur sehr wenige Leute kennen und gleich gehört ihr auch dazu, nämlich die Funktion zum Mauszeiger positionieren. Wir sehen, die Funktion hat das Shortcut Strg plus Leertaste. Auf dem Mac ist das allerdings Command plus Leertaste und das ist ein wenig unglücklich, denn mit Command plus Leertaste öffnet sich ja Spotlight. Wer das also auf dem Mac benutzen möchte, sollte hier ein anderes Tastatur Shortcut zuweisen. Und was können wir damit machen? Ganz einfach, damit setzt ihr den Cursor ganz genau dorthin, wo gerade die Maus ist. Das ist praktisch, wenn ihr den Modus Cursor folgt Bearbeitungsposition nicht verwendet. Ich zum Beispiel habe den meistens ausgeschaltet. Und jetzt könnt ihr einfach Events mit der Maus selektieren, ohne den Cursor zu verschieben. Oder ihr könnt Events auswählen, indem ihr einen Rahmen zieht. Und wenn ihr den Cursor jetzt genau dort setzen wollt, wo gerade die Maus ist, drückt ihr einfach Strg plus Leertaste und habt dann den Cursor genau hier und könnt zum Beispiel hier am Cursor schneiden mit Alt plus X. Das war's für heute mit den Navigationsfunktionen in Studio One. Natürlich gibt es noch einige mehr, aber ich denke, das waren die wichtigsten Funktionen, die man kennen sollte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaut euch doch unbedingt auch mein Video Zoomen wie die Profis an, denn dort zeige ich einige Tricks und Kniffe zum Thema Zoomen im Arrangement. Und wenn ihr mehr Videos zu Workflow-Themen in Studio One sehen wollt, dann gebt dem Video doch ein Like und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut! Untertitelung des ZDF, 2020